servus liebe leute wir sind zurück bei she sees red wir haben es ja schon einmal probiert gehabt haben aber festgestellt dass es ratzfatz vorbei war wir haben von 62 szenen gerade mal 26 gesehen ich würde sagen wir probieren noch mal unser glück und entscheiden uns vielleicht mal ein bisschen anders dass wir noch mehr sehen können von diesen insgesamten szenen hier unten wird sagen los geht's so so Wir haben uns gebeten, dass ein Mann in deinem Club wurde. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Das macht nicht Sinn. Der Schraub war bereits tot, und hat keine Gefahr. Doch der Angriff hat noch nicht verlassen. Er hat sich gehalten, um den Körper zu halten. Ich glaube, er hat zu viel gedrängt. Vielleicht war er alle Rambo. Nein, ein Drunk Mann würde ihn nicht so machen. Es ist viel zu kompliziert, und es macht nicht Sinn. Es ist ein Zeichen. Für jemanden hier. Weil, wahrscheinlich, der Schraubler wusste, dass nur ein Mann nur ein Mann bekommt. Der Schraubler wusste, dass ich einen Schraubler bin. Nur weil ich dieses Klub verwende, du denkst, dass ich auch ein Schraubler bin. Ist das richtig? Nein. Nur der Schraubler ist, der Schraubler hat. der Schraubler ist. Du sagst mir, dass ich meinen Schraubler Nein, noch nicht. Aber du hast ein Recht zu tun. Das läuft, Junge. Das läuft, Junge. Ich habe das Handy ausgemacht und mitgenommen. Ich habe das Handy ausgemacht und mitgenommen. Ich habe das Handy ausgemacht und mitgenommen. Der Schraubler ist, dass ich das Handy nicht so machen kann. Ich habe das Handy in den Schraubler. Ich habe es in der Schraubler, Ich habe das Handy ausgemacht und hab das Handy. Ich habe das Handy von mir gedacht. Das ist ja auch einmal zu sein. Ich habe das Handy. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 My guys wouldn't let them go without a fight What? 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 What's all this cheap crap they store? What? 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 Hey you! Wait! What? 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 ัqu cases Vielleicht sollte man einen besseren Garten machen. Ready for more? Ich kann nicht warten, um herauszufinden, was andere Tricks diese mysteriösen Gäste hat. Wait, du Idiot! Oh, in der Küche geht es diesmal vorbei. Okay. 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 Boah, das ist gut, dass du da bist. Oh, fuck. Ich würde dich ein Schuss in deine Hand so dass das Ding stickt. Hey, buddy. Hey, do me a favor, hand me the screwdriver. Okay. Yeah. Got it? You got it, bud? Uh-huh. Thanks a lot. About an hour ago. I'd say 30 minutes, no more. Mr. Sukhanov! Mr. Sukhanov! I remember, he had a tattoo on his neck. Some sort of Chinese writing, I don't know. Mr. Sukhanov, do you know anybody with a tattoo like that? I don't. Yeah, yeah, yeah! Oh, my God! I don't know, right? No! I don't know! What? Untertitelung des ZDF, 2020 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 Ja, der braucht nichts mehr. Das ist Maxim, er ist fertig. Wie hat er herausgefunden? Wie weiß ich jetzt? Sie sind mir jetzt hier bei John Wick gelandet oder was? W-w-w-w-w-w-w-w-w-w-w-w-w-w-w-w-w-w-w-w-w-w-w-w-w-w-w-w-w-w-w-w-w-w-w-w-w-w-w-w-w-w-w-w-w-w-w! Hm ... M-tost it, please! Sie sollst bzw. gehen über die Halle führen. Das ist die einzige Möglichkeit, Kuss. Los geht's. Du hast nicht gehört, was ich gerade gesagt habe? Das ist ein Privatleben. Die einzige Grund, warum du hier bist, ist, dass du, wer die Menschen tönt. Also werden wir weitergehen. Und du machst dein fucking Job. Da wird jemand ungeduldig. Eine Nase voll, bitte. Wer ist das? Kennst du diese Frau? Sianna? Was machen wir, was machen wir? Ja. Was ist in da? Ich habe ein paar Drei-Pain. Die Arbeiter haben nicht die Lid zurückgebracht. Wo geht's? Ich habe meine Frau. Das war's. Who is Maxim? The guy who's lying between cans of paint. We should probably head back. There's only one way out of here. Through the warehouse. On this picture, there's a young man standing next to your daughter. Who is he? As you can see, my daughter is young and beautiful. There's always a bunch of guys that want to hang out with her. I need you to go and check the stash while I distract her. Do you keep newspaper clippings about all of her suitors? There we go. There we go. Hey man, ich bin Chuck. Oh, ich hab die Fresseur. Get out of here. Liliana's been in charge of the club. She's been the manager here for several months. We're gonna need her phone number. There's no use. She's not answering anyway. Don't worry, we'll ask her about this newspaper clippings. When she calls back. Mr. Suhanov. I believe that the time has come for you to contact your lawyer. Hey boss, where's the gun? Get down! Away from the windows! He's close by. Close all the blinds. Lock the door. You may get up now. I really think we should... We need backup now. How many? All of them. I'll do everything I can within my power and more. But I'll find the bastard. But we don't need backup. Where is this room? It's a good thing you're still here. It's a good thing you're still here. Would you rather be gunned down, then? You can go now. Either way, you've lost the game. Explain. Well, a man you don't know, but who knows your daughter very well, saunters through your labyrinth. As if he had a map. Mr. Suhanov. You have so many rooms here. But he was only interested in two of them. The only two rooms with video surveillance. Hmm. Listen, you hid something in there, and you found this something, am I right? And while you're trying to intimidate us, our guest already emptied the second bag and escaped. It's a trick to divert attention. A wolf chased a rabbit, and it was a mistake. Let's search the second room. I'm sure he also left something for you in there. Mr. Suhanov. Before you enter this room, let me ask you one more time. No, 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 no. Ben... Open the door. Go ahead. Ben! Hu 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 hu! Hu 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 hu! Hu 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 hu! Hu 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 hu! Realies, you will find infected and wounded. Search the room where they store the chairs, you'll find a stash of cocaine in the hierotium. What's next? Ich möchte nur eine gute Nachts schlafen. Mom! Nein! 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 Yana Suhanov? Good evening, this is Kamishlav Daily. Could you please comment for our readers on the arrest and consequent suicide of Valerie Swaredlove? What's there to comment? We barely knew each other, you know? When did he die? Forty days ago. I read about him, he was selling drugs or something, right? No, he didn't sell drugs. He was just a courier. What's the difference? I believe that everyone involved in the drug business deserves a similar fate. Don't you agree? Thanks so much. Vor allem die Errungenschaft gerade. Sie ist nicht sauer. Ach, schön. Ah, herrlich. Ja, ich würde sagen, das brauchen wir jetzt nicht nochmal ein weiteres Mal durchschauen, anschauen. Ich fand's ein kleines, neckliches, interaktives Spielchen. Der Filmchen. Hey, komm. So, geh weg hier. Ja, gut, wir haben zwar noch einige Szenen, die wir uns im Sinne noch einverleiben könnten, wenn wir uns noch anders entscheiden. Vielleicht werde ich irgendwann nochmal die Chance nutzen und ein weiteres Völkchen davon aufnehmen. Aber es ist schon, also, klar, wir machen jetzt nicht viel selbst. Halb so wild. Aber es hat schon irgendwas. Dieses Interaktive. Wir können entscheiden, was passiert, wie schnell es passiert, wie schnell das Ende dann auf uns zukommt. Ich würde einfach sagen, lasst mal in den Comments was da, ob ihr weitere solche Art, sag ich jetzt mal, Filme sehen wollt, wo wir entscheiden können, bzw. wo ich mich entscheiden kann, wie es weitergeht in der Storyline. Ich fand's sehr schön und hat auch Spaß gemacht, sag ich jetzt mal so in der Art und Weise. Ich bedanke mich, wie immer, fürs Zuschauen und würde sagen, wir sehen uns bei einem nächsten Let's Play und somit ein Tschö mit Öl und vielen Dank nochmal fürs Zuschauen. Bis dahin.